I'm back! Kurz nach meiner kleinen Biene bin ich in den Süden gefahren und habe mich ein bisschen rumgetrieben. Es hat sechs Wochen gedauert die ganze Aktion. Verdammte Axt, jetzt ist es Herbst. Ich liebe den See, ich bin wieder zu Hause. Ja, ich habe es vermisst, du liebe Amel. Die ersten Tage habe ich genutzt. Ich habe ein bisschen Holz gestapelt und ich habe sehr viel Holz gestapelt. Ich habe noch mehr Holz gestapelt. Ich habe unglaublich viel Holz gestapelt für den Winter. Ich habe den Garten versucht, irgendwie in den Griff zu bekommen. Und dann bin ich auch sofort krank gewesen. Dann habe ich angefangen, an dieser Barista rumzuschrauben. Und jetzt bin ich bereit für die kommende Woche. Back in school. Da haben sich irgendwelche Jungs aus Spanien angesagt. Sie wollen mit mir ein Video drehen für irgendein, nicht irgendein. Das ist natürlich ein unglaubliches Fahrrad, was wir da ein bisschen in die Szene setzen wollen. Ich bin total gespannt drauf. Drei Tage professionelles Filmteam. Zeige ich dir mal meine Kamera, meine Lichtanlage. Da flippt die aus. Ich habe mir vorgenommen, vielleicht mache ich ab und zu mal so eine Art Vlog-Geschichte. Ich habe ja diese ganze Instagram-Geschichte, habe ich ja komplett gekickt. Die ist weg. So. Und da habe ich mir gedacht, vielleicht mache ich ein bisschen Vloggen. Habe ich da Bock drauf? Ich weiß es nicht. Auf der Reise hat sich irgendein Typ mal eine GoPro 8 gekrallt. Übrig geblieben von dieser GoPro 8 ist allerdings die Powerbank und ein Ersatzakku. Und wer immer sich von euch zuerst meldet und sagt, habe ich Bedarf, der kriegt es geschenkt. Nicht mal ein Newsletter gibt es. Habt ihr da Bock drauf? Hat irgendjemand Bock drauf? Ich... ... ... ... ... ... ... ... ...